Herzlich Willkommen am Morgen des 26. Mai 2021 mit mir, Andreas Bernstein, hier für die LSX Change. Wir haben wie jeden Morgen den Blick auf die Vorbörse, auf die Termine und das natürlich als Präsentation vorbereitet. Da sehen wir direkt die Eröffnungsfolie und auch den Ticker, der hier schon die ersten Dinge skizziert, die wir heute besprechen möchten. Wir möchten nicht nur am Morgen über den DAX berichten oder über die Handelsmärkte, sondern wir möchten auch dann später mit unserem Händler, mit dem Björn ins Gespräch kommen. 11.30 Uhr, vielleicht auch 13 Uhr, das ist noch abzustimmen, auf alle Fälle in der Mittagszeit auf dem Kanal der LSX Change. Schauen Sie da gerne vorbei, dann wissen Sie, wie sich aus dem Handel die ersten Impulse durchgesetzt haben und ob es hier vielleicht weitere Storys gibt, über die wir berichten sollten. Ja, wir sollten auf alle Fälle berichten über den DAX, der sich hier gestern vom Allzeithoch zum Handelsende erst einmal schwächer, zeigte das Allzeithoch bei 15.568 Punkten, lag ungefähr 100 Punkte über dem Tagesschluss. Also es war gestern quasi ein Durchreichen von links oben im Chart nach rechts unten. Das will ich hier nicht noch einmal im Nachgang darstellen, sondern nur auf der Tonspur übermitteln. Heute Morgen sieht das Ganze schon freundlicher aus. Wir haben nämlich nach dem Close gestern um die 15.472 einen Aufschlag am Morgen, ein potenzielles Gap, eine neue Kurslücke. Zwischenzeitlich standen wir an den, nicht den neuen Allzeithochs, sondern den Allzeithochs davor, 15.538. Und da haben wir uns ein Stück weit entfernt, pendeln jetzt um die 15.510 zur aktuellen Stunde und kriegen vielleicht hier auch den neuen Schwung, den man im Tagesschart sich durchaus wünschen kann. Denn diese Seitwärtszone seit Ostern, die stresst ein wenig die Trader und Anleger. Und man könnte sich hier auch vorstellen, dass der Ausbruch auf der Oberseite geschieht, vielleicht noch Ende Mai. Denn wenn wir hier wieder zurückfallen, das sind die letzten Rekordhochs, da sieht man am nächsten Tag eine dickere rote Kerze. Auch hier bei 15.501 am nächsten Tag die dickere rote Kerze. Das ist bisher nicht eingetreten. Also wir notieren ja über der 15.500 und können damit eigentlich positiv in den Tag starten. Es gibt natürlich auch Schlagzeilen, die wir hier mit ins Kalkül fassen. Doch zunächst der Hinweis, warum ging es denn gestern so noch einmal nach unten am Nachmittag vorrangig? Weil eben im deutschen Markt das Handelsende schon 17.30 hier im Xetra-Markt verankert war. Und da stand eben noch ein Plus für den DAX, wenn auch ein kleines und im TechDAX sogar ein größeres. Denn auf der anderen Seite in den USA sah es sehr, sehr gut aus. Um diese Uhrzeit, da war der Nasdaq noch komfortabel im Plus. Deswegen der TechDAX auch gut im Plus. Und der Dow Jones rutschte danach erst ins Minus ab. Und deswegen auch hier beim DAX noch mal ein wenig Druck gegenüber der Handelssession, die wir am Vormittag zeigen. Diese Übersicht von Finanzen.net finde ich ganz toll, weil man hier gegenüberstellen kann, wie sich die Standardwerte und die Technologiewerte verhalten. Ja, die ganzen Schlagzeilen möchte ich natürlich nicht komplett durchgehen, sondern ich greife mir am Morgen immer zwei heraus. Und eine davon ist Google. Kartellamt leitet Verfahren gegen Google ein. Wir hatten gestern darüber gesprochen, was kann passieren bei der Megafusion im Immobiliensektor von Vonovia und Deutsche Wohnen. Vielmehr, die Vonovia möchte ja die Deutsche Wohnen übernehmen. Aber es entsteht trotzdem einer der größten europäischen Immobilienkonzerne, wenn das durchgeht. Aber da möchte das Kartellamt mitreden. Und bei den US-Unternehmen ist das ein Stück weit anders. Da ist nicht die US-Kartellbehörde immer wachsam, sondern die europäische. Ja, und das Kartellamt leitet hier vor allem aus Deutschland heraus. Zwei Verfahren sogar gegen Google ein. Im Fokus steht Marktmacht, die Digitaldienste und die Konditionen bei der Verarbeitung der Nutzerdaten. Wir hinterlassen alle unsere Spuren im Netz. Also ich sowieso hier mit meinen Beiträgen und du vielleicht als Zuschauer auch, wenn du dich anmeldest auf verschiedensten Services. Und ja, so ist das einfach. Damit bezahlt man aber einen Teil der kostenfreien Service, auch wie die Aktie sich hier verhalten hat. Sehen wir gleich zuvor noch die zweite Meldung auf der Tonspur. Die Moderna, der Impfstoff für Moderna, ist für Kinder auch sehr, sehr wirksam. Also das Vakzin schützte sehr zuverlässig vor der Covid-19-Erkrankung, hat die US-Firma hier verlauten lassen und beantragt nun auch eine Zulassung für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre. Wie hat sich das auf den Aktienkurs ausgewirkt? Zunächst einmal Google bzw. die Firma heißt Alphabet. Also nicht verwechseln. Der Service ist Google, die Firma heißt Alphabet und man sieht hier, dass die Aktie von diesen Kartellmeldungen bisher, zumindest heute Morgen, keinen negativen Beigeschmack davon trägt. Eher im Gegenteil. Also wir sind wieder aufwärts gerichtet mit der Erholung an der US-Technologiebörse. Nasdaq streben wir in Richtung Allzeithoch. Das liegt knapp über 2000 Euro. Das sind die Euro-Notizen hier von der LSX. Also das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und bei Moderna sieht es auch gut aus. Wir hatten steigende Hochs und auch steigende Tiefs. Man könnte ja einen Trendkanal charttechnisch einzeichnen. Und in diesem Trendkanal bewegt sich die Aktie weiter nach oben. Und wenn die Zulassung kommt, gibt es vielleicht nochmal einen weiteren Schub. Also das ist zumindest die Erfahrung aus den letzten Zulassungen von solchen Medikamentherstellern. Das ist natürlich nur meine persönliche Ansicht, basierend auf den Kursnotierungen, die es in der Vergangenheit gab. Was erwartet uns heute noch mit Blick auf den Markt? Einerseits die Unternehmens-Termine. Heute kommen wieder mehr Unternehmens-Termine als gestern. BBVA Banco France kommt auf jeden Fall. Das wird spannend. Auch die Capri Holding kann man herauspicken. Elrond Electronics, IVU Traffic ist uns allen bekannt. Die Nvidia, das wird richtig spannend in den USA. Und auch die Xiaomi geschrieben, der einer der drei größten Handy- oder Smartphone-Hersteller weltweit veröffentlicht Quartalszahlen. Da ist auch ein zweiter und dritter Blick womöglich nötig. Von der Konjunkturseite passiert heute gar nicht viel. Wir hatten heute Nacht den Dienstleistungsindex, den Wirtschaftsindex und den Index der gesamtwirtschaftlichen Aktivität aus Japan. Also das noch einmal im Nachgang vielleicht zu prüfen. Ich habe die Liste natürlich schon erarbeitet. Da waren die Daten noch nicht veröffentlicht. Deswegen fehlt es hier in aktuell. Aber wir sehen jetzt auch gleich in den nächsten Minuten noch aus Frankreich das Verbrauchervertrauen, das Geschäftsklima des verarbeitenden Gewerbes. Und am Nachmittag hat der Herr Quartz aus der FED zwei Reden vorbereitet. Einmal 16 Uhr, einmal 21 Uhr. Das dürften die Märkte sicherlich auch mit Spannung aufnehmen. Vor allem die Zins- und Währungsmärkte. Auf folgenden Kanälen sind wir zu finden. Als Alice Exchange auf YouTube. Natürlich, da schaust du es vielleicht gerade auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook. Und die Hörvarianten gibt es auf Spotify, dieser Apple Podcast. In diesem Sinne sind Sie umfassend informiert. Und ich freue mich, Sie dann wieder zum Interview mit unserem Händler zur Mittagszeit sehen zu dürfen. Bis dahin, bleiben Sie gesund und erfolgreich. Ihr Andreas Bernstein von Traders Media GmbH zusammen mit der Alice Exchange. GmbH im Auftrag von Traders Media GmbH im Auftrag von Traders Media GmbH im Auftrag von Traders